Also wenn ich das alles schon gewusst hätte vor zehn Jahren, das wäre Wahnsinn. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Was ist der Club der alten Kühe? Darum soll es in dieser Folge gehen. Und zwar ist es etwas Besonderes. Ich nehme die Folge nämlich erneut auf. Ich habe die schon mal Ende 2018 aufgenommen und nun nehme ich sie wieder auf im April 2021. Denn es hat sich einiges getan im Club und deswegen mache ich sozusagen ein Remake. Und wenn du das jetzt hörst, ist das die aktualisierte Folge zu dem Thema. Was ist der Club der alten Kühe? Da möchte ich mal eine Rückmeldung, eine Rezension von Jan Köhler aus Sachsen vorlesen. Er ist Betriebsleiter bei der Luchbergmilch mit 500 Kühen. Ich bin Mitglied im Club der alten Kühe, weil diese Art der Weiterbildung für mich sehr interessant ist. Der Club hat sich für mich zu einer Informations- und Austauschplattform entwickelt, auf welcher ich meine Fragen direkt stellen kann und alle gemeinsam versuchen, diese Fragen zu beantworten. Wenn ich die landwirtschaftliche Fachpresse lese, komme ich immer an den Punkt, wo ich gern mehr hinterfragen und Erfahrungsberichte sammeln möchte. Dies ist aber bei Fachartikeln immer mit Aufwand verbunden. Im Club habe ich die Möglichkeit, sofort mit Gleichgesinnten die Fragen zu diskutieren. Dies ist ein großer Vorteil. Da bringt das Jan sehr gut aus dem Punkt, finde ich. Der Club der alten Kühe ist die Mitgliedschaft, die ich mir früher immer selber gewünscht hätte. Wo Kuhmenschen zusammenkommen, direkte Gespräche haben, sich Impulse reinholen und gemeinsam sich auf den Weg zu älteren Kühen machen. Ich habe mich nämlich oft geärgert, Mensch, ein paar Kilometer weiter hat ein Landwirt eine geniale Lösung, von der hätte ich gerne schon vorher erfahren, damit ich die auch umsetzen kann. Und einfach mit engagierten Landwirten im Gespräch zu sein und voranzugehen, das macht auch richtig Laune. Und das habe ich jetzt in die Hand genommen und habe das seit 2019 immer weiterentwickelt. Das ist halt so eine dynamische Sache. Aber gleich möchte ich dir noch mehr zu den Vorteilen erzählen. Wenn du jetzt schon weißt, okay, das ist interessant für mich, dann kannst du gerne auch schon Pause machen und nach unten gehen in die Podcast-Beschreibung. Dort kannst du dir den Club der alten Kühe vormerken. Und dann kriegst du von mir Bescheid, wenn ein Infowebinar stattfindet zum Club und wenn die Tore auch wieder aufgehen und neue Club-Mitglieder dazukommen. Nun aber einmal zu dem Punkt, ja, warum sind denn eigentlich alte Kühe sinnvoll? Warum habe ich das Kind Club der alten Kühe getauft und dem den Namen gegeben? Das hat viele Gründe. Ich möchte jetzt mal vier nennen. Das ist die Wirtschaftlichkeit. Wenn du ältere Kühe hast, dann verteilt sich einfach die Aufzugskosten auf mehr Milch. So, dieser Blockaufzucht ist dann nicht so groß. Da gehört ja viel dazu. Das Jungtier braucht Stallplatz, Futter und du brauchst dann einfach einen weniger großen Block an Jungtieren für deine Reproduktion. Der zweite Punkt ist auch, finde ich, einfach so eine persönliche Neigung von mir, vielleicht auch von dir. Alte Kühe, die haben einfach Charakter. Die sind irgendwie so charakterstark. Das macht Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Und ich finde das auch immer sehr cool, wenn man dann auch mal ins Kuhprogramm guckt und dann diese lange Geschichte sieht, die das Tier auf dem Betrieb durchlebt hat. Und dann, ach ja, sieh an, guck mal, die hatte doch Silvester gekalbt vor fünf Jahren oder so. Ich finde, das macht auch einfach Spaß. Dritter Punkt, du hast mehr Ruhe. Weniger Fersenabkalbungen und auch weniger relativ nervöse Jungkühe, die du in deiner Herde mit drin hast. Du musst auch weniger Jungtiere anlernen mit Melken. Das ist doch sehr viel entspannter. Vierter Punkt ist der Verbraucherwunsch. Verbraucher möchten einfach, dass die Kühe alt werden, dass die lange durchhalten. Und auch die CO2-Bilanz ist natürlich besser, wenn du weniger Ressourcen reinstecken musst in deine Jungtieraufzucht. Warum braucht es nun einen Club der alten Kühe? Um zu alten Kühen zu gelangen, ist es ein langer Weg. Das passiert nicht von heute auf morgen. Gerade wenn wir über Zuchtthemen sprechen, dann braucht es einfach seine Zeit, um da weiterzukommen. Aber auch so, es ist ein hochkomplexes Feld. Da greift ein Zahnrad in das andere. Da spielen viele Dinge zusammen. Und da ist manchmal Sand im Getriebe. Und das ist nicht einfach, da voranzukommen. Und das geht auch nicht immer ganz schnell. Und es ist eher ein Ausdauerlauf statt ein Sprint. Und da ist einfach das Dranbleiben gefragt. Deswegen braucht es Motivation. Und dafür kann ein Club unwahrscheinlich hilfreich sein. Dass man sieht, andere sind unterwegs. Andere gehen auch Schritte. Und dann sieht auch vielleicht, wo man schon Schritte geschafft hat. Wo anderen Schritt weiter sind. Und das hilft unwahrscheinlich, um da motivationsmäßig am Ball zu bleiben. Dann ist es so, dass wir immer wieder Experten reinholen für Impulse. So wirst du dich auch nach und nach mit sehr guten Experten vernetzen können. Gleichzeitig gibt es super Austausch für Q-Menschen, die mehr wollen. Ich habe da den Dreh rausgefunden, wie man da das Eis bricht und eine gute Gemeinschaft hinkriegt. Und das will ich weiter fördern. Und da bin ich dran. Und das macht Spaß. Und ich denke, das gelingt mir auch ganz gut. Dann ist es so, dass die Clubmitglieder Ideen einbringen. Also das ist hier kein Netflix-Programm. Das ist keine Einbahnstraße hier. Ja, sodass ich weiß, was liegt einfach bei dir oben auf? Was ist bei dir dran? Und ich das auch so ein bisschen mit einfließen kann und berücksichtigen kann in der weiteren Entwicklung. Vom Club oder auch in der Themenauswahl. Digitale Technik spart einfach unwahrscheinlich Zeit. Das Herzstück vom Club sind ja die Treffen, die monatlichen Webinare. Jeden dritten Mittwoch im Monat, abends um 19.30 Uhr. Geht immer so eineinhalb Stunden, manchmal auch einen Ticken länger. Und das spart einfach unwahrscheinlich Zeit. Es können sich alle schwuppdiwupps zusammenschalten. Ich habe es auch schon mal gehabt, dass in einem Webinar jemanden zwischendurch einen LKW abgeladen hat oder so. Das spart Zeit. Und ich habe auch das Gefühl, bei so einem Vortrag zum Beispiel, da hat man eine Hemmschwelle, Fragen zu stellen. Aber wenn das durch mich moderiert ist, du die ganzen anderen Leute kennst, die im Club sind, dann fragst du direkt mal schneller eine Frage. Und außerdem bist du ja in deiner gewohnten Umgebung. Das hilft auch dabei. Und dann ist es mir wichtig, dass ich die Dinge einfach gestalte, dass ich eine einfache Struktur gebe im Club. Dass es auch einfach angenehm und kurzweilig ist, im Club der alten Kühe dabei zu sein. Damit du einen besseren Eindruck vom Club bekommst, möchte ich nun ein paar Auszüge aus einigen Club-Rezensionen dir mitgeben. Zum Beispiel von Christopher Josten, Niederrhein-Nordrhein-Westfalen, 200 Kühe. Der Club der alten Kühe ist eine gute Möglichkeit zur Fortbildung, nicht nur zu Corona-Zeiten. Die Webinare sind in einer kleinen Gruppe, wodurch jeder zu Wort kommen kann. Diese Gruppe besteht aus einem festen Stamm an Mitgliedern, der regelmäßig erweitert wird. So werden neue Mitglieder schnell in die Gruppe integriert. Jeder kann etwas beitragen, egal ob er 30 oder über 1000 Kühe hat. Jeder kann von jedem lernen. Das Miteinander in der Gruppe läuft gut, da sich alle duzen. Ziel dieser Gemeinschaft ist es, sich zu verbessern. Und nun noch eine Rückmeldung von Benjamin Ziegler aus Brandenburg 1300 Kühe. Im Club herrscht eine produktive Atmosphäre. Man ist unter Gleichgesinnten. Allesamt Kuh-Profis, die mit ihren Kühen und ihrer Herde vorankommen wollen. In der noch zu überblickenden Runde kennt man sich persönlich und die Besonderheiten der anderen Betriebe, sodass eine recht familiäre Diskussionskultur herrscht. Über den gesamten deutschsprachigen Raum verteilt, lernt man so auch Verfahrens- und Herangehensweisen kennen, die in der eigenen Region unbekannt sind. Die behandelten Themen sind vielfältig. Und es sind auch solche dabei, die man für den eigenen Erfolg so gar nicht auf dem Scherm hatte. Und nun noch eine Rückmeldung von Daniel Bergmeier. Hallertau, Nord-Oberbayern, 110 Kühe, Fleckvieh. Auf den Club der alten Kühe kam ich über den Kuhverstand-Podcast. Ich fragte mich, kann man sich online wirklich austauschen? Erfahre ich hier Neues? Bringt dieses Format mich weiter? Ist es das wert? Und ja, man kann sich online sehr gut austauschen. Gerade durch die Technik ist es möglich, sich mit Berufskollegen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum auszutauschen. Und das ist wahnsinnig inspirierend. Wie organisiert ein Lohnbetrieb das Melken? Wie werden die Kälber getränkt gehalten? Durch den ehrlichen Austausch untereinander konnte ich schon viele Anregungen mitnehmen. Die Themen und die Referenten sind sehr abwechslungsreich und informativ. Aber besonders motivierend sind für mich die kleinen Ziele, die wir uns jedes Mal setzen. Damit setze ich geplante Projekte und Maßnahmen viel schneller um. Ich bin fest davon überzeugt, dass mich der Club der alten Kühe meinem Ziel von langlebigen, gesunden Kühen ein großes Stück näher bringt. So, das waren jetzt ein paar Rückmeldungen. Mir macht das Riesenspaß, Kuhmenschen voranzubringen, Kuhmenschen zu vernetzen. Ich bin immer wieder auf der Suche nach inspirierenden Kuhmenschen und lerne gerne aus der Praxis. Komm dadurch viel rum, nutze den Podcast. Bin auch schon viel rumgefahren zu Berufskollegen, wo ich dann keine Podcast-Folge aufgenommen habe. Wo ich einfach nur war zur eigenen Weiterbildung. Und also wenn ich das alles schon gewusst hätte vor zehn Jahren, das wäre Wahnsinn gewesen. Also was ich jetzt in den letzten Jahren durch den ganzen Podcast und den Club schon alles lernen durfte, richtig gut. Und das wird so weitergehen. Und wenn du willst, kannst du hautnah dabei sein im Club der alten Kühe. Wenn du sagst, das könnte was für mich sein. Ich möchte gerne mehr Informationen. Dann solltest du das Schnupper-Webinar nicht verpassen. Am besten merkst du dir den Club der alten Kühe vor. Und dann kontaktiere ich dich per E-Mail. Wenn es weitere Informationen gibt, wenn die Club-Tore aufgehen, wirst du dann informiert. Dazu einfach jetzt pausieren und nach unten gehen auf die Podcast-Beschreibung und dich dann eintragen. Dort habe ich das nämlich verlinkt. Und vielleicht sehen wir uns ja dann demnächst im Club der alten Kühe. Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genieße das Leben. Dein Christian Völkner Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020